So, weiter geht's. Wir machen nochmal hier. Nein, nicht da. Da noch eine Münze und hier nochmal die ersten beiden, bevor wir speichern gehen beim Boss. Dann hoffe ich mal, dass wir ihn jetzt finden. Wer kacke will nicht. Wer kacke will nicht. Wer nap. Oh, yeah. Auch riskant. Aber es ist gut gegangen. What the skill? Aber es gibt keine Art mehr. Das ist... Scheiße. So, wäre dumm gewesen, hätten wir gewartet als Kleiner. Hätten wir hier nur einen Pilz begonnen und hier wären wir so halt normal groß geblieben. Tja, also immer so machen, wie ich es gerade gemacht habe. So, so langsamerweise her sollte die erste Sterne zum Mal kommen. Oh, nein. Oh, nein. Geh kacken. Geh kacken. Geh da rauf. Tschüss, Krangith. Warte. Scheiße. Das ist mit der Pflanze. Egal. Kriegen wir schon hin? Genial. So. Yeah. Macarena. So, jetzt hoch hier. Und die erste Sternmünze. Passieren. Wäre nicht. So, jetzt. So, jetzt. So. So. Hau rein! Das war auch schon die zweite. Ich check's nicht. Äh, ich wollt gar nicht wissen. Ich könnte mich gar so was von hassen, ey. Da hat man die Sterne zu angehen, geht man drauf so'n Piss-Typ da. Ach man! So, sterb! Ach, Digga! Warum springst du nicht? So! 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 Also jetzt! So! Okay, wir sind jetzt mittelgroß. Wie auch immer wir uns nennen wollen. So! 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 Dann! Gut, können wir von Anfang an für Licht sorgen. In der dunklen Höhle da. So! 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 Oder auch nicht. Ah! Ich hab für alles gesorgt, ey! Hä? Wir kriegen noch eine? Ha! Tja, das könnte schon uns vollziehen. Haha, nein. Okay, jetzt sollte ich hier einen Stern bekommen. Dann nicht. Was haben wir hier? Naja, eine Mütze. Ich vermute sie jedenfalls an einer Stelle, ob sie jetzt wirklich da sind. Frag mich nicht. Ich sehe nichts. Ach, jetzt kommt der Kollege. So, nochmal die alte Sternmütze. So. Nein! Äh, ne, jetzt weiß ich wirklich nicht mehr. Doch, jetzt weiß ich es. So wird's gemacht, Kollegen. Skill oder Skill. Jetzt werde ich hier voll gespermt. Irgendwie mit was abmelden, was auch immer das heißt. Scheint so, weil ich irgendeinen komischen Anti-Viren-Guard da so hab, aber der macht nur Werbung oder so. Keine Ahnung, was er macht. Aber alles in Ordnung, schätze ich mal mit meinem Computer. So, als wäre ich erstmal ne Pause machen. Ich kann ja so ein Zwischenspeichering machen. So. Das regt mich hier auf. Wir lösen's. Irgendwann mal wieder. Bis dahin und chill. Ja. Ja. Ich will jetzt hier ein Wicke.